Das ist Frankie Gaines. Frankie, sag doch ein paar Worte zu dir selbst. Ein paar Worte zu dir selbst. Sie ist ein Teenager. Yay! Und ein Roboter. Bist du sowas wie ein Computer? Kann man so sagen? Im Labor entwickelt. Wir müssen diesen Androiden finden und deaktivieren. Sofort! Und lebt heimlich bei einer Familie. Niemand darf dein Geheimnis erfahren. Die Neue in der Schule zu sein ist nicht einfach. Sorry. Tu einfach, was ich tu. Frankie, nein, hör auf! Besonders, wenn man etwas zu verbergen hat. Da ist irgendwas faul an dieser Frankie. Und ich werde rausfinden, was. Jetzt muss sie menschlich wirken. Willst du einen? Was für eine Frage? Was ist damit? Die Frage ist doch nett. Sich einfinden. Ich hab mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Frankie. Freut mich, Frankie. Ohne dabei. Sicherheitsdienst. Erwischt. Sie muss weg. Zu werden. Keine Bewegung. Geht's dir auch wirklich gut? Sei dabei, wenn Frankie Druck macht. Mein Rückgrat bricht gleich. Tut mir leid. 300 Pfund pro Quadratzentimeter ist wohl zu stark. Ich bin Frankie. Sie tickt anders.